Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute haben wir Ihnen einen Tipp, wie Sie abwechslungsreiche Festmenü auf den Tisch zaubern können, ohne dass Sie lange in der Küche stehen müssen. Probieren Sie doch mal die feinen Quick-Fleisch-Spezialitäten von GOP. Zum Beispiel Quick-Schäufchen. Sie sind schon fix fertig im eigenen Saft gekocht und darum dann zu Hause sehr schnell zubereitet. Nach 5 Viertelstunden im heissen Wasser nehmen wir das Quick-Schüffchen aus der Frischhaltepackung und schneiden es in schöne, saftige Tranche. Das geht sehr leicht, denn Quick-Schüffchen von GOP sind ohne Bein. Diese Quick-Fleisch-Spezialitäten gibt es bei GOP in einer sehr grossen Auswahl. Und denken Sie daran, sie sind in Preis und in Qualität eine exklusive GOP-Leistung. Übrigens in der GOP-Festtagszeitung, wo Sie die Wochen im Briefkasten bekommen haben, hat es allerlei gute Rezepte. Zum Beispiel, wie Sie so ein Rollschinkli aus einem grossen GOP-Angebot in einem schön knusprigen, goldbraun-backenen Brotteig servieren können. Und für den Festdessert haben wir Ihnen noch etwas ganz Exotisches. Bei GOP gibt es das Wochenende, das heisst also morgen, am Freitag und am Samstag, eine grosse Ananasaktion. Wir möchten Ihnen jetzt gerade zeigen, wie Sie so einen Ananas richtig aufschneiden und servieren. Die ganze Ananas wird mit Sand der Blattkrone der Länge nahe geteilt. Und jetzt trennen wir mit dem Messer das Fruchtfleisch von der Schale. Dann schneidet man kleine Schnitze und tut sie schön dekorativ präsentieren. Und so wird die Ananas auf originelle Art serviert. Probieren Sie doch einmal diese exotische Spezialität. Frische Ananas von GOP für Sie geholt aus der tropischen Sonne. Ja und jetzt danken wir Ihnen, dass Sie für uns Zeit gehabt haben. Und wünschen Ihnen noch recht schöne Festtage. Der aktuelle Geschenktipp von GOP ist die dekorative und pflegeleichte Tischdecke Venezia in verschiedenen Farben. Es gibt sie in zwei Formen. Rund im Durchmesser von 160 cm und Eckung 1,40 auf 1,80 für nur 14,90. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP röstfrischen Bohnenkaffee.